Ja, der Krempi geht aus. Jawohl! Wunderbar! John Tripp mit seinem ersten Treffer. Die 21 auf Vorlage der 27. Das 3-2 ist die richtige Antwort aus Kribbetschauer Sicht auf den Anfluss. Ich bleibe nicht behaupten an der blauen. Lampi, schön abgespielt, sehr schön gemacht. Am Ende Tripp, der Torschüsse aber wunderbar vorbereitet. Tripp holt die ersten. Wurscht die Beine. Diesmal haben sie es geschafft. Die Scheibe in unser Drittel getragen hat auch jetzt der Eisbierer von 0. Und Tor! Aus dem Nichts, muss man wirklich sagen, John Tripp. Wahnsinns-Tor. Wieder Tripp. Ganz alleine gelassen Bucelli. Bucelli nutzt diese Möglichkeit. Der Töne hat ausgespielt von Tripp. Ähnlich wie das vom SC. Aber da haben sie wieder geschlafen. Und Danny Bücker! Und schon Tripp lenkt ab. Den hatten sie vollkommen vergessen. Und Tor! Wunderbar gespielt. Und Tor! Das war natürlich ein absoluter Glückstreffer. Keine Chance für Steinhauer. Ich würde sagen, Tripp. Und dem bringt die Scheibe rein ins Tor. Und Tor! Tor für Kremlschau! Schoß Kaper in der blauen Linie. Ja, Nummer 8 war das. Dominik Rausch. Sicht für Brett Jäger verdeckt gewesen. Ja. Scheibe rutscht da durch. Ja, war vorher noch abgefälscht, ja? Ja, war vorher noch abgefälscht, ja? Lempi, Bucelli. Tor im Nachschuss. Das ist natürlich. Ja, was will man da sagen? Glück für die Eispiraten. 5 zu 0. John Tripp kommt ab, wenn er kloppert, bloß ist, zur Hilfe. Quer. Tor! Daniel Bucheli! Der läuft da im Schatten der Abwehr in den Slot. Und John Tripp sieht ihn. Kurzer Tipp. Und das Spielgerät ist in den Maschen. Zurück auf Schietzold, der schießt. Und Tor! Da ist er drin. Das ist natürlich ein Auftakt nach Maas. Könnte Tripp noch abgefälscht haben. Und Tor! Da ist er drin. Tripp war es. Der stochert nach. Schöne Fuhrarbeit von Bucelli. Und man kann ja sagen, fast fast spenden. Der Ausgleich. Tor! 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 Untertitelung des ZDF, 2020